Der Beruf ist sein nächstes Hobby, das Telefon sein wichtigstes Werkzeug, die Nase, sein Erfolgsgeheimnis. Als Thomas Kramer mit 17 Jahren nach New York an die Wall Street ging, wurde ihm recht bald klar, dass Glück und Erfahrung im Börsengeschäft zwei Dinge sind. Mit 19 bekam er die Möglichkeit, bei einem der großen Börsenmakler New Yorks das Geschäft von der Pike aufzunehmen. 57, 56, 63, okay, hit it, 63, sold, thank you, bye. Unter anderem große Banken zu seinen Kunden und verwaltet ein Kapital von 25 Millionen Mark. Also wir haben jetzt für die Firma 10 Millionen Dollar gekauft und wenn der Dollar einen Pfennig steigt, bedeutet das, dass wir 100.000 Mark bedienen würden. Aber wenn der Dollar um einen Pfennig fällt, hätten sie 100.000 Mark verloren. Ist das recht? Na, Pech nicht, dann haben wir eine Fehlentscheidung getroffen und wir würden also aus dem Dollar wieder aussteigen, wenn er circa drei Pfennig fällt. Arbeiten Sie allein oder in einem Team? Sagen wir mal so, ich arbeite mit einem Team, aber in der Entscheidungsfindung stehe ich dann allein im Wald. Ich habe also in dem Sinne keine, ich habe niemanden, der mit mir Entscheidungen diskutiert. Das möchte ich auch nicht. Ich würde sagen, wir haben hier eine Art Denkfabrik. Wir haben hier etwas, was es wahrscheinlich global auf der Welt nicht nochmal wird. Und das ist eine Mixtur von Wissenschaftlern im Informatiksektor bis hin zu gesellschaftspolitisch orientierten Reformisten. Wir haben also hier eine Fabrik, die im Prinzip Denkanstöße für die Zukunft geben soll und Trends voraussehen und ausdiskutieren soll, bevor sie überhaupt marktopportun werden. Das ist also, man kann sagen, es ist nicht ein typisches Vermögensverwaltungsberuf, mit Sicherheit nicht. Weder von der Ausrichtung noch von der Einrichtung. Wie alt waren Sie, als Sie Ihre erste Aktie kauften? Ah, 14 Jahre. Mit 14, naja. Das ist, ich war damals in der Schule, im Internat und wir hatten eine sehr den Aktien gegenüber aufgeschlossene Sozialkundelehrerin, die uns also beauftragte, mal eine Spalte Aktien eine Woche lang zu beobachten, die Kursentwicklung einer Aktie für eine Woche zu beobachten. Die Aktien, die ich betrachtete, waren die Versicherungen. Eine dieser Versicherungsaktien stieg um 150 Mark, von 450 oder 500 Mark auf 700, also jedenfalls um 150 Mark. Und damals hatte ich etwa, mein Gesamtvermögen belief sich damals etwa auf 500 Mark, also hätte ich bei einer eventuellen Anlage am Montag, am Freitag eine 150 Mark Steigerung gehabt. Das hat mich fasziniert. Das war einfach irgendwie, wie soll man sagen, so eine, eine, ein Initialerlebnis, was man halt in seinem Leben hat. Und dieser Gedanke, dass man aus Geld Geld machen kann, ohne dafür groß zu arbeiten, ohne dafür halt Autos zu waschen oder Zeitungen auszutragen. Das ließ mich nicht mehr los. Und einige Monate später kam dann eine Möglichkeit, eine Aktie zu kaufen. Und zwar, ich muss da etwas ausholen. Wir haben also viele, meine Familie hat viele Freunde aus Amerika und die kamen auch oft zu Besuch. Und immer wenn die kamen, das waren so Erlebnisberichte aus, weiß ich, 10, 11, 12 waren, dann kamen die alle vom Flughafen. Und das erste, was die machen, die stürzten sich über den Kühlschrank und tranken unser Bier. Und ich hörte immer, oh, your beer, we love your German beer. Ah, wunderbar. Jedenfalls die Möglichkeit jetzt, übertragen von diesem Beispiel, kam, dass die Henninger, eine Frankfurter Brauerei, also eine Tochtergesellschaft in Amerika eröffnen wollte. Und eine Aktiengesellschaft. Und ich dachte, Mensch, wenn die Amis bei uns das Bier so gerne trinken, dann trinken sie es da drüben auch gerne. Das muss ein Erfolg werden. Und das war das erste Mal, dass ich für mich selbst die Entscheidung traf, diese eine Aktie aus diesen vielen Tausenden, die man da kaufen kann, rauszusuchen und zu kaufen. Und ich zeichnete die Aktie, beziehungsweise ich wollte die Aktie zeichnen, 5 Mark sollte die das Stück kaufen, ich wollte also 100 Stück kaufen. Ich nahm also mein Geld aus dem Sparstrumpf und marschierte zur ersten Bank. So, die Bank sagte, so mein Lieber, wie alt bist du denn? So und so alt. Ja, gut. Dein Personalausweis? Ja, wunderbar. Danke, auf Wiedersehen. Komm wieder, dein Vater schickt deinen Vater, deine Mutter. Du bist nicht, was immer, ich bin nicht volljährig oder was, ich darf jedenfalls sowas nicht machen. Ich darf keine Aktien kaufen. Naja, na, ich bin nun mal ein doppelter Stier. Also ich bin im Zeichen des Stieres geboren und mein erstes nenntes Aufstier. Wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann will ich das auch. Und schon damals merkte ich, dass es auch manchmal klappt. Und dann habe ich bei der nächsten Bank einfach mit ein bisschen nachgeholfen, also ich habe mit Bleistift so ein bisschen nachgeholfen. Ich habe aus der 57 eine 53 gemacht. Und es ging, plötzlich hatte ich mein Konto und konnte meine 500 Mark einzahlen, konnte die Aktieorder aufgeben und bekam dann 100 Aktien zugeteilt. Die Aktie ging dann in einigen Monaten von 5 Mark, wie es rauskam, auf 46, 47 Mark. Und ich habe also da 4.000, 5.000 Mark verdient und das war also wahnsinnig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich für den Rest meines Lebens versaut. Wie konnten Sie denn als Schüler in einem Internat überhaupt Aktien ordern? Ja, das war sehr schwierig. Ich habe also so manche Schulklasse schwänzen müssen, denn es stand ja nur, dass die Telefonzelle im Schulhof zur Verfügung und die war während der Pausen immer belegt von irgendwelchen Mädchen, die da ihren Eltern ihr Leid klagen mussten. Das war also sehr, sehr, sehr anstrengend. Heute kann ich solche Telefonanlagen dementsprechend gut, also honorieren. Man spricht von Ihrer guten Nase. Haben Sie den Börsencrash vorausgesehen? Ja, den Börsencrash haben wir vorausgesehen. Wir haben auch voll drauf gesetzt. Es ist leicht nachvollziehbar durch die Publikation, die wir also im Sommer und im Herbst gemacht haben und die über uns gemacht wurden, in denen wir also ständig auf einen direkt vor der Tür stehenden Crash hingewiesen haben. Also sicherlich eine Frage, wie kam ich auf den Crash? Da gibt es halt keine Computer, die einem voraussagen, dass ein Crash kommt und es gibt keine Computer, die einem sagen, also Aktien verkaufen. Das ist immer nur das Gegenteil. Wenn was hochgeht, dann sagen wir, es geht alles hoch und das sah man auch. Für mich der Ausschlag, der passierte 87 im Frühjahr, als meine Haushälterin, auf die ich große Stücke gebe, sagte, sie hätte sich mit ihrem Mann überlegt, die Lebensversicherung zu kündigen und man wollte jetzt auch in Aktien spekulieren, da das so erträglich wäre. Dann habe ich die Frau genommen, in die Luft gewirbeln und habe gesagt, vielen herzlichen Dank, das war es, worauf ich gewartet habe. Das ist das Ende der Hosse. Raus. Und ich habe Telefonhörer genommen, habe meine Banken angerufen, habe alle Aktien, die wir hatten, in der Firma verkauft und bin Shortinger. Ja, viel zu früh, leider schon im Frühjahr. Es hat viel Blut und Tränen gekostet, das durchzuhalten bis in den Herbst, aber es hat sich ausgezahlt. Zum Privatmenschen Thomas Kramer, gibt es überhaupt ein Privatleben für Sie? Ja, es gibt schon ein Privatleben, aber das ist natürlich, Sie kennen ja die Aussagen, Glück in der Liebe, Pech im Spiel. Bei mir scheint es andersrum zu sein. Das ist aber auch sehr schwierig, denn, sagen wir mal so, ich bin ja nur ein sehr flexibler Mensch, der von einem Ort zum anderen reist. Und dadurch gibt es natürlich einen riesen Ansatz von Konflikten, der mich bisher also um eine Frau gebracht hat. Also ich habe vielleicht die größte Sammlung von roten Karten, die irgendeiner hier aufweisen kann. Aber, naja. Ja. Und wir vielleicht gleich die Dollars wieder zurückkaufen werden. Zurück zur grünen Insel. Ja, ich habe also ein kleines Domizil in Kitzbühel, wo ich also sehr gerne meine Wochenenden verbringe und auch ein bisschen längere Wochenende. Denn es ist ja nicht die körperliche Anwesenheit in einer, wie Sie es darstellten, vor einer Entscheidungszentrale, sondern es ist die Anwesenheit des Geistes in der Fähre, in der wir arbeiten. Und die ist ja nun örtlich nicht begrenzbar. Das heißt, ich kann also im Urlaub irgendwo auf der Skipiste den besseren Einfall haben, wie wenn ich im Wall Street vor zehn Schirmen sitze. Haben Sie Hobbys? Ich koche sehr gerne. Auf der einen Seite, ich mache sehr gerne Sport, ich bin aber nicht so gut, dass ich das halt, wie Sie es nennen würden, als Beruf darstellen kann. Ich reise sehr gerne. Ich interessiere mich sehr für Kunst. Das zum Beispiel wäre ein möglicher Berufszweig, in dem ich sehr gerne tätig wäre. Ich hatte schon selbst immer mal die Idee, eine Galerie aufzumachen in New York, weil halt für mich erst mal New York das Kulturzentrum der Welt schlechthin ist. Zweitens die Auseinandersetzung mit Kunstinteressierten, intellektuell und menschlich, eine sehr interessante Aufgabe bzw. Bereicherung ist. Gerade im Kontrast zu dem, was ich hier mache.